Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast zu einer neuen Preview für das kommende UFC-Wochenende. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Wir sprechen über Robert Whittaker vs. Calvin Gaslum. Das ist das Main Event und das ist gleichzeitig definitiv auch der spannendste Fight an diesem Abend. Ansonsten haben wir in der Main Card ebenfalls Luis Pena vs. Alex Munoz. Wir haben Abdul Razak Al-Hassan gegen Jacob Malkin. Andrea Lofsky vs. Chase Sherman. Dracar Close gegen Jeremy Stevens machen das Co-Main und eben im Main Event Robert Whittaker gegen Calvin Gaslum. Prinzipiell ein Kampf, der unnötig ist für Robert Whittaker. Calvin Gaslum ist nicht gut gerankt. Robert Whittaker hätte eigentlich gegen Paolo Costa kämpfen sollen. Paolo Costa ist aber ausgefallen und deshalb gibt es diesen Kampf nicht. Dann ist Calvin Gaslum eben eingesprungen und das ist ein Kampf, den hätten wir vor ein paar Jahren schon mal sehen sollen. Damals gab es eigentlich Whittaker vs. Gaslum. Da ist Whittaker ein paar Stunden vor dem Main Event ausgefallen. Also wirklich ein paar Stunden. Es war samstags 20 Uhr oder sowas und um 4 hätten wir das Event sehen sollen. Und um 20 Uhr wird gesagt, Whittaker fällt aus. Also wirklich unglückliche Situation gewesen. Dann hatten wir eben Adesanya gegen Anderson Silva als Main Event. Und ja, Calvin Gaslum ist die Nummer 8 im UFC Middleweight. Robert Whittaker die Nummer 1. Und ich glaube, Whittaker war sogar seit seiner Titelniederlage gegen Adesanya die Nummer 1 im UFC Mittelgewicht. Trotzdem muss er immer wieder kämpfen. Und Whittaker selber hat gesagt, ja, er hat nie einen Kampf gegen Adesanya abgelehnt. Er weiß nicht, wer so ein Quatsch auch erzählt. Robert Whittaker hat zuletzt gegen Jared Kennelier beeindruckend gewonnen. Vorher gegen Darren Till beeindruckend gewonnen. Ich mache mir aber durchaus ein paar Sorgen. Wir dürfen nicht vergessen, Adesanya stand in der UFC, meine ich, noch nie so kurz davor gefinisht zu werden, wie beim Fight gegen Calvin Gaslum. Und da hat auch der Blachowicz-Fight nicht dran geändert. Das heißt, Gaslum hat richtig Wumms. Das haben wir auch gegen einen Michael Bisping gesehen. Und eben vor allem auch gegen einen Adesanya. Und Robert Whittaker, der verträgt die Schläge nicht mehr so gut. Je länger dieser Kampf gegen Jared Kennelier ging, desto wackeliger wurden Whittakers Beine. Und ich hatte damals in der dritten Runde wirklich noch diese Sorge. Oh Mann, Whittaker kann jeden Augenblick ausgenockt werden. Auf der anderen Seite hat Jared Kennelier auch eine brutale Knockout-Power. Kennelier hat diesen One-Punch-Knockout, den nur sehr wenige Fighter haben. Stilistisch gesehen unterscheidet sich Gaslum von Paolo Costa. Ich denke, Gaslum hat mehr Wumms als Paolo Costa. Und das unterschätzen immer viele. Viele sagen immer, wow, Paolo Costa, der hat doch die brutalste Power, die es gibt. Nein, schaut euch die Kämpfe von Costa an. Seine Knockouts, die landet er durch das hohe Schlagvolumen, das er erreicht. Er zermürbt seine Gegner. Er rennt wie ein Bulldozer über sie und zermalmt sie und zerquetscht sie. Aber er hat nicht diesen One-Punch-Knockout. Den hat Gaslum dann schon eher. Gaslum hat aber nicht so eine gute Cardi wie Robert Whittaker, würde ich mal behaupten. Und allgemein auch diese Nachteile. Calvin Gaslum ist klein, eigentlich nicht die richtige Gewichtsklasse für ihn. Calvin Gaslum will ja keinen Weight cutten und deshalb kämpft er auch im Mittelgewicht. Er könnte im Weltergewicht kämpfen, wenn nicht sogar im Leichtgewicht. Aber dann müsste er nicht nur einen harten Weight cut machen, sondern auch ein bisschen abspecken vermutlich. Ich denke, dass Robert Whittaker diesen Fight durchaus machen wird. Ich denke, er ist der versiertere Fighter, der bessere Allrounder, der bessere Striker, der bessere Ringer. Aber unterschätzt mir Gaslum auf keinen Fall. Im Co-Main, Drakkar Close vs. Jeremy Stevens, ist ein guter Kampf. Jeremy Stevens hat wahnsinnig oft gekämpft früher, in letzter Zeit aber weniger. Da kam ja die Pandemie dazwischen und so weiter. Dann haben wir ebenfalls Andrea Lofsky, der wieder kämpft gegen Chase Sherman. Andrea Lofsky steht 30 zu 20. Der Typ ist auch schon ewig in der UFC dabei. Sein Gegner, bin ich ehrlich, kenne ich nicht. Es ist ein zweiter Fight in der UFC. Kommt von Bare Knuckle und war früher schon mal in der UFC. Der war 2017 in der UFC. Drei Niederlagen in Folge gehabt. Dann wurde er rausgeworfen. Ja, ein solider Fight im Heavyweight. Aber an sich eine unspektakuläre Fight Card, die man sich allen voran wegen Robert Whittaker anschaut. Und dann bin ich auf eure Prognose gespannt. Ich denke, Whittaker macht das durch eine Decision. Schreibt mir eure Prognose unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt Wheel of MMA bei Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.